Was ist das? Willkommen zurück zu Pools. Ach! Hier sind wir schon mal gewesen. Nur, dass man vorher hier durch konnte. Warte. Da ist auf jeden Fall... Ja, okay. Ich hatte nicht drauf geachtet. Haben wir hier nicht so merkwürdige Geräusche? So in diese Richtung? Das ist ja wirklich sehr... ...schön, dass wir wieder hier sind. Toll, toll. Oh! Ich will da hin! Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da hin will. Warum? Was hattest du gegen die Uhr? Hier ist dicht. Das ist vielleicht auch besser so. Oh, wir werden es nassel. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Schick. Oh, je. Ui. Komisch, das Geräusch hier. So. Das war die blaue. Das ist ein tolles Horrorspiel. Ich finde, viel mehr Horrorspiele sollten Rutschen haben. So schön das Ganze auch ist. Jetzt habe ich hier so viele Wege. Wo soll ich denn zuerst hin? Das hier erinnert mich auch an ein Horrorspiel. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Das hatte ich auf Let's Played. Allerdings war es ein bisschen dunkler. Und da sind wir gekommen, ne? Und hier. Und... E Okay, da unten noch ein Weg lang. Hier geht es nirgendwo lang. Toll. Gut, denke ich bin sehr hoch. Ach so. Wir können hier rein springen. Ob das so gesund ist? So tief ist das nicht. Ach komm. Tom, Tom, Tom. Und. Oh, cool. Nehmen wir das andere auch noch? Natürlich. Dann haben wir hier wieder zwei Wege. Geht es da lang? Geht es hier auch lang? Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da auch wieder zurück. Kann ich nicht sagen. Auf den Ring! Oh. Schade. So. Naja. Hätte ja klappen können. So. Okay. Schön. Schönes Spiel. Echt? Ah! Lass. Aha. War hier nicht auch noch ein Gang? Achso, und hier geht's dann einfach nur wieder. Äh, runter, aber da ist auch noch ein Gang. Ach Leute, sowas könnt ihr doch nicht mit mir machen. Hier, hüpft mal da rein. Wunderbar. Okay. Ähm. Ja, hier waren wir jetzt ja schon. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, auch jeden Gang ausprobiert. Dann würde ich sagen, gehe ich doch einfach... Entschuldigung. Da wollte meine Stimme nicht mehr. Äh, wieder hier hoch. Und flitzt ganz schnell hier durch. Ja, da waren wir jetzt ja nun schon. Und dann geht's hier lang. Jetzt wieder ein bisschen dunkler. So scheint das. Och. Was ist... Ja, okay. Klo. Klo. Einen Gang. Einen Klo. Jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Oh, hier sieht's gut aus. Ja, okay. Okay. Das soll... Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Wirkt bedrohlich. Die Frage, warum? Oh. Oh. Mhm. Dann geht's auch mal wieder ins Nichts. Ich glaube, wir müssen da lang. Ja, okay. Haben wir das hier nicht schon mal gesehen? Was ist das da? Das sieht merkwürdig aus. Sieht aus, als wenn da jemand sich daran festhalten würde. Ich will das gar nicht wissen. Ich geh einfach. Jawoll. Okay. Ach so, hier geht's gar nicht weiter. Dann müssen wir hier... ...lang. Würde ich sagen. Mhm. Okay. Ach. Was war das? Mit Schwung hier. Schon sehr abgefahren gemacht. Oh. Oh. Mhm. Mhm. Grün. Ich glaube, wir müssen hier rein. Wenn's dann hier ein... ... ... ... ... ... Oh ne, Leute. Ja. Ja. Äh, ich geh mal hier lang. Ich geh nicht da lang. Was war das, ein Schaf? Oh! Cool. Okay. 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 Und hier haben wir auch gleich wieder ganz viele Rutschen. Ja. Bye-bye. Okay. 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 Und da hinten scheint es noch weiter zu gehen. Ich weiß nicht. Können wir hier auch durch. Okay. 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 hier. Okay. 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 hier ja auch noch mal rutschen. Das wäre so toll. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das für ein komisches Zeichen? Der Stand auf jeden Fall wechselt. Tja, und wir sind jetzt einen anderen Weg gegangen. Nix mit Exit. Weiß ich nicht, vielleicht ist hier ja auch Exit. Ich wollte eigentlich zu einer von den Rutschen. Aha. Okay, ja, das finde ich gut. Da ist es, das Loch, das mich hineingetrogen hat. Gut. Okay. Ähm, ja. Was zur Hölle ist das denn schon wieder? Lauf einfach geradeaus. Oh mein Gott, Leute. Nee, geh mal hier lang. War nicht beim Exit eben so ein Zeichen? Ich habe keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Aber das sieht gut aus. Glaube ich. Ich hoffe, sie führt in die Freiheit. Das kleben Stühle an der Säule. Okay. Bin ja gespannt, wie das Ende aussieht. Okay. Okay. Entschuldigung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier sein will. Das lasse ich jetzt mal. Ohohohoho, what the... Ok ¿Dónde estás? Hm Anscheinend darf ich nicht auf die rote Rutsche Das ist ja schade Gut Dann geht's wohl da weiter Was zur Hölle ist das hier? Hübsch La, 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 la Um Ah Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los?